okay weird oh i take it so dass die ribbon okay er hat safe seine nichte da getötet ziemlich sicher okay guess so du solltest dich vielleicht nicht in in den Rollstuhl setzen. The Childeater, Achievement Unlocked. The what now? Ach, da ist Thomas. I thought I could protect her. Idiot! What would you think of me? I've failed you. I've failed us. Ich kann's nicht lesen. Our life is... What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Fuck. Look who finally decided to let me out of my cage. What the fuck? And only when you need my help. Surprise. 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 Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes, I can feel it. Okay. It's around here somewhere. Oh, it's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. Soulmate? Soulmate? Damn it! There's nothing here. There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? Pff. Yeah. This is it. Okay. Oh. Hello. Okay. No, 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 no. Page after page. It's like he's obsessed. What has he... What have I done? We couldn't have known. Huh? I let him into my home. It was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard. Who could he? What have I done? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa, 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 easy, Tiger. Remember what's at stake here? Just let me do... What I do. Ich trau beiden Thomassen nicht, Niklas. Oh, das war cool. Bei dem Kill Him extra noch Vibration im Controller. Sick. Schönes, kleines Detail. Oh mein Gott, ich liebe sowas. Oh mein Gott. Thomas. I... Wasn't expecting you. Is... Everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I... Did I... What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Oh, es vibriert beim Gespräch, das ist so gut. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page. Tell me I didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. I... It wasn't me. Thomas. You have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. Oh, shit. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas. I'm so sorry. She's mine. I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing she was here. Knowing what she means to me. Thomas. I swear. Look all the way. You'll never... Wait. But you... No. Let me out. Let me out. Let me in. What? What the fuck? What the fuck? Yeah. Niklas. Ich steige da gar nicht mehr durch, was gerade abgeht. Holy shit. Aber so kleine Details für die kontrieren, äh, vibrieren den Kontrollers. Hm. Zu den richtigen Worten, ist einfach richtig nice. Okay. Also ist jetzt in Richard drin? Okay. Okay. Because this where it started, Richard. The place that broke you. Made you what you are. Wait, wenn das hier die Welt von Richard ist, warum sieht jetzt dann Nova genauso abgefuckt aus? Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Oh, er hat ein Flammenschild. Oh, sick. Ist jetzt nicht so cool wie das Lichtschild von unserer Protagonistin, aber... What a good? Es wird auch die Hände erklären. Was ist hier passiert? Ich habe Richard für immer wieder verändert. Nein! Was ist das? Lass ihn allein! Das ist es. Richard's großartige Geheimnis. Die Summe von all seinen Dämonen. Ah. Er hat nicht so ein Messer, ne? Richard? Dein Vater hat vergessen. Du gehst es zu ihm. Okay, ich spiele jetzt. Für jetzt. Ich habe kurz einen Satz geskippt, aber das ist okay. Ich fühle mich, dass etwas nicht richtig ist. Was ist das nicht richtig? Okay. Okay. Also die ist nach Westen gezogen, okay. Nee, Zweiter Weltkrieg. Also, das spielt ja in Polen. Du bist jetzt der Mann des Hauses. Nein, nein, Niklas. Wir sind in Polen. Das spielt in Krakau. Also, das Spiel selber spielt 1999. Und wenn ich jetzt nicht mich ganz verhau, war diese Nachricht vorhin, wo er kam. Also, der Mann fühlt sich an wie so ein junger, äh, wie so ein junger Kerl. Ich glaube, das ist auf Richard bezogen und Richards Eltern starben im Warschauer Aufstand 44. Witzig. Also, warum das ganze in Polen spielt, die Developer stammen aus Polen. Oh, okay. Hä? Okay. Ja, ja, das ist, ich sah auch nichts dagegen. Also, das Einzige, was man merkt, äh, ist jetzt natürlich nicht hier. Die Nachnamen sind zum Teil, äh, polnisch. Also, mit dem, C, C, H, ähm, C, K, Z. Oh. Okay. Da leuchtet irgendwas im Feuer. Das ist unter anderem halt auch der polnische Vogel. Oder, was du sitzt an. Oder, was du bist auf Natur zu Du bist. Oh. Oh! Aha! Fischcheck? Ähm, oh mein Gott. Ich denke schon die ganze Zeit, irgendwas passiert auf dem Screen, ne? Aber das ist einfach mein Flippin' Mauszeiger, der vom Rechten einer Logstick bewegt wird. Ein Augenblick, warte mal. Bevor ich gleich auf Streamknopf drücke ausversehen. Oioioioioioi. Was ist das? Oh. Gut. Ich hab jetzt Feuerfäuste. What? Hey. Hello there. Okay, dann. Hey, Richard. Hm. Listen. Bet you can't catch me. I bet I can. What? Hey, wait up! Okay. Somewhere in here. Ah. Come on, Richard. My arms are getting tired. Almost done. Oh. Das... Oh. Den Text kennen wir doch. Come on, Slowpoke. Pokémon-Anspielung? Hm. Was ist das? I'll try to bring more tomorrow. Thank you, Richard. I can't tell you how much this means to me. Okay. Where'd you go? What is this? What is it? It's... Something very important. Promise me. You'll keep it safe. Ein Liebesbrief. Okay. Sicherlich. This way, silly. This way, sagst du? This is the way. Never mind. Da war ich doch gerade. Hm. Rose? Rose! Rose Quartz? Steven Universe? Over here. There you are. I was afraid you'd get lost in there. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey. Hey, gute Moe. What's poppin'? Hey. You see that? A storm is coming. Hm. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Ähm. Wahrscheinlich, weil es auch so ist, Moe. Also, die Laufanimation ist ein bisschen weird. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? Oh, wait. Warum ist er plötzlich ein Sarg? War der vorhin auch schon da? Ich hab... Nee, hab das gar nicht geballert. Okay. The fuck? Ja, diese Laufjog-Animation, die ist auch bei der Protagonistin ein bisschen weird. Ja, diese Laufjog-Animation, die ist auch bei der Protagonistin ein bisschen weird. ä, diese Laufjog-Animation, die ist auch bei der Nebsthalerie.